Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial rund ums Thema Songauswahl. Was gibt es bei der Songauswahl zu beachten? Ich bin ein großer Ed Sheeran Fan und ich singe sehr gerne seine Songs. Jetzt ist es nun mal so, dass Ed Sheeran ein Mann ist und ich eine Frau bin und dass unsere Ranges, also unser Tonumfang, verschieden ist und die Lagen, in denen unsere Stimmen optimal klingen, nicht dieselben sind. Der Tonumfang beschreibt den tiefsten Ton, den ihr singen könnt und den höchsten. Das klingt unten sehr brummig und oben sehr schrill. Und dann gibt es dazwischen Tonlagen, in denen unsere Stimme ganz besonders schön klingt und in der wir mit ihr spielen können, wo wir strahlen können und das gilt es herauszufinden. Wenn ihr einen Song auswählt, dann müsst ihr euch quasi den tiefsten Ton einmal suchen und checken, ob ihr den noch bekommt und den höchsten, also quasi den Tonumfang des Songs. Wenn der dann für euch gut machbar ist, aber eher an eurer unteren Grenze liegt, dann wäre es sinnvoll, den Ton in einer höheren Tonart zu singen, weil wenn der Song durchgängig tief ist, könnt ihr keine Power und keine Lautstärke entwickeln und keine Dynamik aufbauen. Nehmen wir mal den Song Icy Fire von Ed Sheeran. Ich teste ihn mal in der Originaltonart und schau mal, wie die so zu meiner Stimme passt. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire Is ganz okay. Nicht ganz optimal. Noch ein bisschen zu tief. Ihr könnt dann auch entweder Halbton oder Ganztonschritte hochgehen. Ich gehe mal einen Ganzton hoch. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire Blood in the trees. Schon besser. Ich gehe mal noch einen Halbton höher. Mal schauen, ob es noch was verändert. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire Blood in the trees. Blood in the breeze. Wäre theoretisch auch noch machbar. Wir gucken mal, ob es noch ein Halbton höher gehen würde. Und dann es würde gehen. Ich würde Ich würde, glaube ich, die höchste nicht wählen, weil es für mich irgendwie zu outgoing wäre, was ich finde nicht ganz so zu dem Song passt. Genau. So könnt ihr das testen. Was ist für euch die bequemste Lage? Wo fühlt ihr euch am wohlsten? Wo hat eure Stimme den schönsten Klang? Noch ein kleiner Tipp. Könnt ihr weder Klavier noch Gitarre spielen und wollt euren Song zu einem Instrumentalplayback singen, dann könnt ihr diese Playbacks mit einem Programm wie zum Beispiel AutoCity oder Logic in der Tonart verändern. Viel Spaß beim Ausprobieren. Als nächstes könnt ihr euch überlegen, wie ihr den Song singen möchtet. Er soll ja euer eigenes Cover werden und da könnt ihr euch überlegen, möchtet ihr nah am Original dranbleiben oder möchtet ihr vielleicht ein paar Adlips oder Vocalbreaks einfügen, um eurem Cover einen persönlichen Anstrich zu geben. Probiert doch mal ein bisschen rum. Singt den Song mal ganz schlicht und sanft oder baut Adlips und Vocalbreaks ein. Singt ihn mal mit viel Dynamik, sprich erst leise und zart und dann lauter werdend. Wenn ihr mit eurer Stimme schon ein bisschen umgehen könnt, dann probiert einfach aus und findet euren Stil. Ich bringe euch mal ein paar Beispiele und vielleicht ist das eine kleine Inspiration für euch. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire blood in the breeze. Jetzt habe ich zum Beispiel zwei Effekte benutzt, nämlich einmal den Hauch auf der Stimme und zum zweiten Vocalbreaks, sprich ein sehr schneller Übergang von Brust zur Kopfstimme, sodass man das Gefühl hat, die Stimme bricht. Ich mache eine Version jetzt mit Adlips und versuche das so ein bisschen mal zu übertreiben. I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire blood in the breeze. In der letzten Version spiele ich noch ein bisschen mit Dynamik, das heißt mit leise und laut. I see fire burning the breeze. Als letzten Punkt, um euren Song zu perfektionieren, könnt ihr noch über die Interpretation nachdenken. Gerade im Musical ist so eine Songinterpretation unumgänglich, weil der Song die Situation und die Stimmung der Rolle ausdrückt und die Handlung vorantreibt. In meiner Ausbildung hieß das Fach Interpret. Aber auch in einem Popsong kann man interpretieren, um ihn quasi noch eindringlicher und emotionaler zu performen. Und Bühnenpräsenz und Ausstrahlung braucht man als Popstar ja genauso wie als Musicaldarsteller. Und da könnt ihr euch mal folgende Fragen stellen. Was sagt der Song aus? Oder was willst du als Sänger mit dem Song sagen? In welcher Stimmung bist du? Bist du glücklich? Bist du traurig? Bist du verzweifelt? Bist du wütend? Wo befindest du dich gerade im Song? Also stellst du dir vor, während du den Song singst, du bist drinnen oder bist du draußen? Ist es Tag oder Nacht? Singst du den Song an eine andere Person gerichtet oder zu dir selbst? Auch solche interpretatorischen Fragen können euren Stimmklang beeinflussen und ich mache einfach mal so ein paar kurze Beispiele. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire blood in the breeze. Das wäre jetzt quasi eher zu mir selber gesungen und eher traurig. Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn ich das an jemand anderes gerichtet singe. I see fire inside the mountains. I see fire burning the trees. And I see fire hollowing souls. And I see fire blood in the breeze. Das wäre jetzt zum Beispiel an eine andere Person gerichtet und dass ich quasi vielleicht ein bisschen verzweifelt oder wütend bin. Ihr könnt auch quasi mal entgegen der Stimmung des Songs singen. Wir schauen mal, was passiert, wenn ich dieses doch eigentlich eher, sage ich mal, dramatische Lied ganz fröhlich singe. Ich sehe fire inside the mountains. Ich sehe fire burning the trees. Und ich sehe fire hollowing souls. Und ich sehe fire blood in the breeze. Da würde man sich vielleicht ein bisschen komisch vorkommen. Aber manchmal ist das gut. Das macht man auch zum Beispiel im Musical bei Rollen so, dass man die Rolle erstmal komplett entgegen des Charakters spielt. Also so, wie sie am Ende eigentlich gar nicht sollte. Aber es hilft, um quasi wirklich das zu finden, was man wirklich mit dem Song ausdrücken möchte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und ich sage einfach mal, bis bald. Und ich sage einfach mal, bis bald.